Die Come On Dex ist nun da. Hey und willkommen bei der Krypto Eule. Lang ersehnt und nun ist sie da. Schon ein paar Tage. Ich war aber durch das Event in Dortmund ein bisschen verhindert. Hatte ein bisschen Nacharbeit zu tätigen. Und nun die News und natürlich auch alles hier rund um Come On Dex bei Aleph Zero. Starten wir. Sie haben es selber angekündigt. Ich finde es sehr spannend, dass sie sehr wenig Follower haben. Aber wer was erfahren will über Aleph Zero, folgt eher Aleph Zero statt Come On selber. Aber wir sehen, dass das Ganze nun live ist. Und auch die Swaps sind live. Also manchmal ist es dann doch besser, nicht direkt ein Video rauszuhauen, sondern hier ein Video insgesamt hier zu tätigen. Und das mache ich an dieser Stelle. Also wir haben jetzt einige Funktionen, die nun live sind. Und nicht einfach nur, ja wir haben Pools, wir haben ein bisschen Trading, wir haben ein bisschen Swaps, sondern wir können schon die ersten Token einfügen. Und das machen wir jetzt zusammen. Wir schauen uns hier Come On an. Come On, das ist die Homepage. Come On.fi. Oder hier ganz einfach App.Come On.fi. Und das ist im Prinzip die Seite. Wir haben die Swaps, wir haben die Pools und wir haben die Bridge. Die Bridge habe ich euch schon mal kurz gezeigt. Gehen wir aber der Reihe nach. Fangen wir an mit Swaps. Also ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ihr seht, ich habe hier so ein bisschen ASU. Ich könnte jetzt hier diese ASU, ich könnte jetzt hier beispielsweise diese ASU nehmen und diese ganz einfach zum Beispiel swappen in, sagen wir mal, USDC als Beispiel. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und mache 50, dann hätte ich hier 2 Dollar und 21 Cent in USDC. Ja, und dann habe ich schon mal ASU und USDC. und so kann ich natürlich swappen, so mit allen. Dann bestätige ich das Ganze hier, muss es nochmal hier in der Sub-Wallet bestätigen. Wir können uns auch mal kurz ausloggen, damit ihr sehen könnt, was man hier alles connecten kann. Wir sehen hier die Möglichkeiten, sich mit diesem QR-Code zu verbinden. Das ist dann zum Beispiel für die Sub-Wallet, das dann zum Beispiel für die Sub-Wallet-App. Dann haben wir hier Nightly, die Aleph Zero-Wallet, also man kann sich auch mit dem Browser verbinden, die Talisman-Wallet und die Polkadot-Extension. Ich bin verbunden mit der Sub-Wallet, das sehen wir hier. Und kann mich hier ganz einfach und easy hier verbinden. Dann haben wir hier wieder die 4 Dollar und wie gesagt, ich kann hier einfach 4,50% meiner ASU swappen zu 2,21 Dollar. Ja, warum swappe ich das? Das ist dann das Nächste, also swappen, so wie man es kennt bei Dexys. Ganz einfach, wir können das auch tauschen, wenn ich USDC hätte, in ASU tauschen. Wir haben aber nur ASU hier in diesem Fall und diese zu USDC tauschen. Das Nächste sind dann die Pools, auch recht schnell erklärt. Ich habe ja jetzt ASU getauscht, beziehungsweise könnte ASU tauschen zu USDC oder auch USDT, also das, wo ich Bock hätte und könnte hier dann hier einer Farm beitreten. Dann müsste ich hier eine Liquidität beitragen, zum Beispiel 50 und 50, bei Dollar 22 sogar in diesem Fall. Also ich müsste irgendwie den Tausch machen, bei ein bisschen weniger wie 50% und könnte dann bei hier grob 50% rein in diesen Pool. Das heißt, ich brauche 50% ASU, 50% USDC. Dann wird ein Staking Token erstellt. Das heißt, ich erhalte einen dritten Token. Ich mache aus zwei Token einen dritten. Und mit diesem dritten erhalte ich dann Rewards auf diesem Pool und so weiter. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit kann ich diesen dritten Token wieder umwandeln in diese zwei Token. Je nachdem, wie dieser Pool sich entwickelt, kann es auch sein, dass ich später ein bisschen mehr USDC habe und weniger ASU. Oder genau umgedreht, dass ASU besser im Kurs ist und dann kriege ich weniger USDC. Das ist halt bei diesen Staking Pools. Und bei allem, was passiert in diesem Pool, da kommt einer rein, da geht einer raus, da kommt wieder einer rein und so weiter. Immer wenn dann Gebühren anfallen in diesem Pool, dann kriege ich hier etwas mit. Gleichzeitig habe ich hier eine APY bzw. APR hier drauf, in dem Fall eine APY von 20% grob. Das heißt also 19,79% aufs Jahr gerechnet. Das ist ja das, was man im Jahr hier verdienen kann. Und 20% aufs Jahr für dieses Paar in diesem Fall ist doch nicht schlecht, muss man an dieser Stelle sagen. Jetzt ist die Frage, wie versteuer ich das Ganze? Dazu habe ich mich im Vorfeld schon mit Werner Hoffmann unterhalten. Schau gerne mal hier rein, da war nämlich gerade dieses Thema Staking oder Liquidity Staking in diesem Fall. Und das ist hier natürlich dann durch diesen dritten Token, den du dann einfach ein Jahr hältst und dann die Rewards, die du drauf bekommst, die sind ja dann auf diesen Token. Also gerne da reinschauen, wie das Ganze funktioniert. Steuerlich immer ein Thema, gerade hier im deutschsprachigen Raum. Das nächste ist dann die Bridge, habe ich euch auch schon gezeigt. Das heißt, ich verbinde hier eine LF0 Wallet und als nächstes müsste ich dann eine Metamask bzw. eine Firm Wallet verbinden. Wenn ich dann zum Beispiel eine Metamask verbinde, dann kann ich mir aussuchen, welchen Token möchte ich denn rüber swappen zur LF0 Blockchain. Wir sehen hier zum Beispiel, Wrapped Bitcoin ist schon verfügbar. Wir können einfach IFA rüber bridgen, was dann am Ende auch Wrapped IFA ist, weil es wird ja dann verpackt. Oder schon direkt verpacktes IFA oder USDT oder USDC, weil diese beiden sind mittlerweile auf der LF0 Blockchain. Da wird nichts verpackt, sondern die sind am Ende des Tages da. Das können wir hier sehen. Also diese sind dann hier. Jetzt fragt man sich, wer hat hier so komische Token drin? Warum hat er die drin? Weil die werden ihm doch gar nicht hier angezeigt. Ja, das ist eine gute Frage. Darum können wir uns jetzt kümmern. Und alles, was wir dazu brauchen, sind die Contract-Adressen. Genau das, was wir letztendlich auch brauchen, wie zum Beispiel bei Uniswap, wenn wir hier Token einfügen, brauchen wir hier auch eine Contract-Adresse. Dazu hatte ja LF0 diesen Explorer veröffentlicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich packe euch alle Links natürlich in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da alle Token auch einfügen. Wir haben hier zum Beispiel den Common Staking AirDrop, den die Leute bekommen haben, die hier staken. Wir haben hier Andromeda, Swap und was es hier alles gibt. Und hier die zwei bekanntesten aktuellste Inkwell-Token. Da gibt es eine Besonderheit, schauen wir gleich drauf. Oder der Paypal-Token. Starten wir mit Paypal, das ist am einfachsten. Dann gehe ich einfach hier drauf und dann sehe ich, wie viele Paypal-Halter gibt es hier und welche Adressen halten wie viel Paypal. Aber ich brauche diese Adresse hier. Das ist die Adresse für den Paypal-Token. Und diese kopiere ich mir einfach, gehe dann wieder hier zu Common und füge diesen hier unten. Bei Manage Tokens gehe ich einfach hin und füge diesen ein. Dann sage ich Accept und Import. Dann ist der drin. Und wenn ich jetzt welche hätte an dieser Stelle, dann wären diese hier drin. Dann gehen wir zum nächsten Token. Und das wäre dann in diesem Fall der Token Inquail. Aber bei Inquail gibt es einen zweiten Token für das Thema Hormon. Also zum Beispiel dieser Token hier, beziehungsweise diese Contract-Adresse, die bringt mir gar nichts. Die kann ich nämlich nicht hier einfügen, beziehungsweise kann ich schon, aber da wird nichts kommen, weil dieser nicht angezeigt wird. Beziehungsweise damit kann ich nicht swappen. Das heißt, ich sehe zwar, ich habe diesen ersten Inquail-Token, aber wenn ich hier jetzt hingehe, wird dieser Inquail-Token, doch, da wird er mir angezeigt. Aber passt auf, Besonderheit, ich kann hier keine Möglichkeit, das Ganze zu swappen. Es wird mir gar nichts angeboten. Es geht gar nicht. Und auch andersrum kann ich diesen Inquail-Token nicht kaufen. Gibt es nicht. Seht ihr hier, 0. Kann ich nicht kaufen, obwohl ich hier 5 ASU in diesem Fall habe. Jetzt gibt es aber einen zweiten Token. Ja, ich weiß, ein bisschen kompliziert, keine Frage. Den haben sie hier angekündigt. Und zwar, sie haben gesagt, hallo, wir sind hier. Wir sind auf Common gelistet. Und ihr könnt uns hier nun traden. Und zwar ASU zu Inquail-2. Das ist nun da das Paar. Das geht bei common.fi, beziehungsweise app.common.fi. Und das ist der Smart Contract, beziehungsweise die Contract-Adresse. Ja, und diese nehmen wir uns mit. Und dann gehen wir jetzt hin und fügen diese hier noch ein. Und dann sehen wir hier Inquail-2. Ja, den haben wir jetzt drin. Und wenn ich jetzt hier Inquail-2 auswähle, dann sehen wir auch, diesen kann ich swappen. Das ist manchmal ein bisschen besonders. Da muss man wirklich auf die Ankündigung der Projekte schauen. Weil diesen habe ich hier nicht im Explorer gefunden. Beziehungsweise wir können mal schauen. Da wird wahrscheinlich ganz weit hinten sein, dass dieser Contract irgendwo dann drin ist. Bei Inquail-2 habe ich jetzt hier oben noch nicht gesehen. Doch, da ist er. Inquail-2, okay. Wenn man nur eine Seite schaut. Ja, und sonst können wir noch andere. Ich glaube, den IOU-Token. Der ist, glaube ich, auch recht bekannt. Schauen wir mal, ob der drin ist. Ich habe es gar nicht probiert vorher. Testen wir einfach mal schnell zusammen. Ist hier mit drin. Hier, da ist er. Ich habe aber keine davon. Aber zum Beispiel könnt ihr da alle einfügen, die es so gibt. Was gibt es noch hier? A-Sheep war ja auch am Anfang mal so ein Thema. Können wir den auch einfügen? Sehr wahrscheinlich ja. Weil hier alles von der LFZO-Blockchain an Token einfügbar ist. Ja, und da sehen wir hier an dieser Stelle, diese Token habe ich jetzt schon eingefügt. Und ihr wisst ja selber, auf dieser ascan.lfzoo.org. Slash Mainnet. Da finden wir so viele Token mittlerweile. Also wir sehen, dass hier viel los ist. Und diese kommen dann auch bald alle auf der Dex Nummer 1. Und zwar kommen und können dann hier rumswappen. Wir können jetzt mal spaßeshalber gucken. Kann ich denn von diesen Token, die ich hier habe. Also wir tauschen erstmal wieder ASU hier nach oben. ASU 100%. Gucken wir einfach mal, was können wir denn tauschen. Können wir zum Beispiel diesen IOU-Token schon tauschen? Leider gibt es noch kein Handelspaar. Jetzt hat er hier automatisch drin Show-Only-AZU-Pairs. Also diese kann ich tauschen in Ingrid 2-Token, Pepe-Token, WebEFA, USDT und USDC. Mache ich das raus, werden mir alle angezeigt. Das heißt, diese haben gar kein Paar aktuell. Aber das Ganze wird natürlich kommen, dass hier weitere Token gelistet werden. Wir sehen nun die ersten Token, die da sind. Wie man die einfügt, habe ich euch hier gezeigt. Die Contract-Adresse einfach hier unten bei Manage Tokens rein. Und dann seht ihr, diese ganzen Token kann man hier einfügen aus dieser Liste. Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an. Das muss man an dieser Stelle sagen. Und wenn du jetzt LFZO kaufen willst, um hier loszulegen, dann empfehle ich dir CoinEx. CoinEx ist eine einfache und simple Börse. Du kannst hier ganz normal swappen, so wie man es kennt. Und wir sehen hier auch AZO, kann man hier ganz einfach swappen, tauschen. Gegen USDT ist hier das Handelspaar. Oder ich kann sogar ganz einfach swappen gegen das, was ich habe. Ich wähle einfach hier AZO aus und tausche hier gegen zum Beispiel, ich weiß nicht, was ihr so in eurer Wallet habt. Könnt ihr ganz einfach tauschen. Zum Beispiel sagt ihr, ich möchte Solana loswerden. Die sind gut gestiegen. Jetzt setze ich auf AZO, dann sage ich, ich tausche hier 100 Solana und bekomme dafür so und so viel AZO als Beispiel. Genau wie eine Dex funktioniert das hier bei CoinEx ganz easy und simpel, wenn man sich hier angemeldet hat. Und dann kann man hier ganz einfach swappen. Gleichzeitig kann man natürlich Futures hier machen, so wie man es kennt. Wir können ja irgendwelche Futures machen, die Liste ist sehr lang. Aber so wie wir es kennen, auf Long und Short setzen. Generell ist es so, dass CoinEx ca. 1000 Kryptowährungen gelistet hat, also eine breite Auswahlmöglichkeit hat und AZO hier gelistet ist. Falls du noch nicht bei CoinEx bist, schau doch mal in den Link in der Videobeschreibung. Da gibt es 10% Cashback, die du einfach mitnehmen kannst. Das heißt also, du meldest dich an und alle Gebühren, die du dir bezahlst, davon bekommst du mal 10% zurück und diese kannst du dann wieder vertraden. Und davon gibst du wieder 10% zurück und wieder 10%. Also es könnte sich lohnen an dieser Stelle. Ein Rattenschwanz, der immer weiter geht. 10% mitnehmen mit dem Link in einem gepinnten Kommentar. Wenn du mehr überwissen willst, wie CoinEx funktioniert und was das alles ist, schau mal hier in das Video rein. Und dann kannst du alle Informationen rund um CoinEx sehen. Für viele ist das Thema Pools sehr interessant. Und zwar Pools sind ja im Prinzip Liquiditätspools, wie ich erstelle aus diesen zwei Handelspaaren, also USDC und AZO zum Beispiel oder AZO und UCT und das, was hier alles angegeben ist. Da stelle ich ein Liquiditätstoken, den gebe ich hier rein in diesen Pool und dann erhalte ich hier ein APY. Sehen wir hier von 8% bzw. 3,7 bis hin zu 19,66%. Hier gibt es 33%, aber da ist es noch relativ entspannt. Sehen wir hier Total Value Locked, das ist nämlich das, was drin ist. Also wir sehen hier zum Beispiel, hier ist über eine Million Dollar drin bei WebEther und AZO. Hier sehen wir auch, dass knapp über eine Million Dollar drin sind bei AZO und USDC. Gleichzeitig sehen wir hier das gesamte Total Value Locked, also alles, was hier gelockt ist in diesen Pools, sehen wir, das ist aktuell bei 2,7 Millionen Dollar. Common hat das Ganze schon gefeiert bei 2 Millionen Dollar und danach ist es direkt auf 2,2 Millionen Dollar und so weiter gestiegen. Also alles muss natürlich langsam anfangen. Wir haben gerade gesehen, da ist wieder etwas drin. Also dieses ganze Thema Pools muss langsam anfangen. Bei Uniswap ging das auch nicht von heute auf morgen. Da wurde natürlich aufgrund der großen, breiten Masse, die es an IFA auf der Welt gibt, ist da zwar hin und her geswappt worden, aber das Pools-Thema ist auch dann später erst angefangen und dann ging das Ganze los. Ja und bei LFCU ist es ziemlich gleich. Irgendwann muss man halt anfangen und in diesem Fall kann man hier anfangen. Ja und dann kann man hier immer wieder Token claimen, wenn man hier drin ist. Das sieht man hier, Total to Claim. Ich habe nichts zu claimen, weil ich habe auch keine Liquidität hier aktuell drin. Das sehen wir hier in diesem Beispiel. Gleichzeitig gibt es hier die Get Common Drops. Also es gibt hier nochmal eine Möglichkeit, Common Drops zu erhalten. Das heißt also, die erste Season, und das steht ja hier oben, Season 1 von 4, die endet in 40 Tagen. Die hat gestartet am 23.05.2024. Das ist auch der Tag, wo der Erführung-ETF zugelassen wurde. Sehr guter Tag. Und da gibt es hier die Common LP Drops und die Common Staking Drops. Die Staking Drops habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Das heißt also, wenn ihr LFCU staked, also AFCU staked und das schon lange, dann könnt ihr hier Common Token mitnehmen. Das Ganze können wir mal schnell durchspielen. Ich gehe nochmal hier auf meinen Account bei Common und gehe hier hin und kopiere diese Adresse. Dann gehe ich wieder hin in den Explorer und füge diese komplette Adresse ein und sage hier anschauen. Dann sehen wir alle Token, die ich hier so habe. Ich habe hier so Early Bird Special Tickets. Da weiß noch nicht jemand so genau, was das eigentlich alles so bringt hier. Aber, joa, lassen wir mal machen. Dann Ingrail Token habe ich keine. Aber ich habe hier auf dieser Wallet einen Common Staking Drop von 5.272 Token, die ich hier bekomme. Also, das ist so eine Art Ticket, den muss man dann irgendwann umwandeln in Common Token. Aber aktuell ist es so eine Art Ticket, Staking Drops in diesem Fall. Und dann gibt es halt die verschiedenen, wie zum Beispiel die Staking Drops. Wir sehen hier, da gibt es Leute, die haben über 5 Millionen, die haben viel gestaked auf jeden Fall. Und wir haben die LP Drops. Das sind dann die Drops, die es gibt für das ganze Thema Liquiditätspools. Weil LP, Liquiditätspool, das steht dafür. Und da haben wir diese Drops, beziehungsweise das, was hier diese Leute und diese Wallet dann in diesem Fall bekommen. Also, da gibt es noch einiges. Und wie gesagt, Season 1 von 4. Wer also in den Liquiditätspool geht, der kann hier auch noch Common Air Drops mitnehmen. Und Common ist ja der Token für die Common Decks und wird dann natürlich auch da gelistet und einen Liquiditätspool bekommen. Also, wer viel A0 hat, beim Staking zum Beispiel, und hier dann einen Common Token als Air Drop bekommt, kann diese wieder zusammen in einen Liquiditätspool packen, wenn man das dann möchte. Wenn sie dann da sind, die Common Token und die ASU, die gestaked sind, die dann frei machen, dann kann man das zusammen in einen Pool geben. Und dann kann man auch nochmal hier passiv gewinnen. Was die APY ist, kann ich euch am Anfang jetzt natürlich nicht sagen. Also, das werden wir dann sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade die, weil das ja der eigene Common Token ist, auf der Common Decks relativ hoch sein wird. Schauen wir noch, was das Ganze ausgelöst hat bei A0 selber. Also, hat es jetzt dazu geführt, dass jetzt der Preis gepusht wurde? Leider nein. Wir sehen, dass die Ankündigung in den letzten Tagen zwar dafür gesorgt hat, dass hier der Preis ein bisschen hoch ging, dann aber auch die Nachrichten, die global gerade passieren, wo alle Kryptowährungen ein bisschen nach unten gejobbt sind. Ja, und sonst ist es gerade ein bisschen ruhig. Aber das kennen wir ja bei ASU, dass alles ruhig ist. Der schlafende Riese, wie er immer so gerne genannt wird. Also, da sind wir mal sehr gespannt, wann dann mal ein großer Ausbruch kommt. Common hat schon mal nicht dazu gesorgt, aber denken wir auch, was sind so eine Zeit? Wir haben zwar den Erführungspot-ETF, wir sind aber auch Ende Mai schon fast. Also, sell in May and go away, but remember, come back in September. Also, das Sommerloch steht bevor. Und ich glaube, bei der ASU wird es halt auch hier gehörig dazu führen, dass das Sommerloch leider noch diese Seitwärtsphase macht. Wenn ihr noch Fragen zu Common habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Dann mache ich gerne ein kurzes Video, zeige euch, wie das funktioniert, wenn noch Fragen bestehen. Ich habe euch gezeigt, wie man hier swappen kann. Hier zum Beispiel seine ASU in irgendwas anderes. Das kann man hier machen. Show-Only-ASU-Pairs. Also, das sind die Paare, die ich aktuell habe für ASU. Ihr sehen auch hier, dass ich den Common-Staking-Job hier auch eingefügt habe. Das kann man natürlich auch machen, aber ich kann diesen nicht handeln. Also, ich habe hier kein Paar, hier Show-Only-CSD-Pairs. Habe ich nicht, gibt es nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Selbst wenn ich hier 100% eingebe und irgendeinen Token eingebe, kann ich den noch nicht benutzen an dieser Stelle. Den finde ich hier zum Beispiel, den Common-Staking-Airdrop, den kann ich hier auch einfach die Contract-Adresse hier reinschreiben. Also, genau das, so wie ich es gezeigt habe. Dann habe ich euch gezeigt, wie die Pools funktionieren. Wie gesagt, das ist recht simpel, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Einfach ASU und USDC hier zum Beispiel eingeben. Am besten einfach 50% oder vielleicht einen Ticken weniger, weil wir eventuell das Ganze unterschiedlich sein könnten. Dann das Ganze hier hinzufügen, dann in den Pool rein und dann habe ich alle Informationen hier oben. Das ist deine Liquidität, das kannst du aktuell claimen. Also, das ganz einfach. Dann die Bridge, wenn ich sage, ich möchte jetzt auf der LFZO-Blockchain nicht unbedingt USDC und so weiter bringen, sondern ich habe das doch auf der Firmen-Blockchain, dann bring es doch einfach rüber, über die Bridge. Recht simpel, LFZO-Wallet-Connecten, was man ja hier hat und ich connecte hier eine Ethereum-Wallet noch zusätzlich. Dann habe ich beide Wallets, dann muss ich das auf beiden Wallets bestätigen und dann wird das Ganze rüber gebridged. Sogar relativ schnell, muss man an dieser Stelle sagen, kennt man von anderen Blockchains nicht so schnell. Aber dafür kennen wir ja LFZO sehr fix unterwegs, diese Blockchain und natürlich auch das Entwicklerteam. Also, wir haben gesehen, dass viele Tokens da sind. Das Token einführen habe ich euch auch gezeigt. Wenn jetzt immer noch Fragen sind und ihr sagt, mal, wie funktioniert denn das und das, schreibt es gerne in die Kommentare, dann schauen wir uns das Ganze an. Aber ich denke gerade für die erfahrenen Leute, die zum Beispiel auch Uniswap und so weiter, also die anderen Dexes auf anderen Blockchains schon kennen, für die ist es ziemlich das Gleiche. Jetzt ist natürlich die Frage, kann Common hier dafür sorgen, dass hier der große Aufschwung kommt? Auf jeden Fall sehen wir hier, dass nun der Weg frei ist für neue Tokens, die hier alle gelistet werden auf Common. Und wenn dann die Paare da sind, zum Beispiel irgendwelche Token gegen ACO tauschen oder vielleicht auch gegen USDC und USDT. Gleichzeitig wissen wir ja, dass auch noch der eigene Stablecoin bald kommen soll bei LFZO. Also auch nochmal ein Thema. Und schauen wir mal, was natürlich weiter hier bei Common noch kommt. Auf jeden Fall ist die Dex nun da und kann die Community beruhigen. Hallo, hier die Dex ist da. Ihr könnt Pools machen, ihr könnt farmen, ihr könnt hier eine jährliche APY bekommen von fast 20% für das Handelspaar ACO gegen USDC, beziehungsweise mit USDC. Ist doch ganz in Ordnung. Also das Ganze läuft. Ihr könnt das Ganze nutzen. Gleichzeitig, wenn ihr das nutzt, denkt an den AirDrop, den LP AirDrop bei Common, habe ich euch auch gezeigt. Ist aber auch recht simpel. Wie kommt ihr da hin? Kurze Frage, einfach hier oben aufklicken und dann seid ihr da. Und eure Wallet-Adresse ist dann auch direkt drin, weil du bist ja hier eingeloggt in diesem Fall. Denkt an die LFZO-Dachgruppe. Kommt da gerne rein. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und natürlich an unserer Krypto-Eule-Telegram-Gruppe. Gerne da rein joinen. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt dem Video gerne ein Like. Das pusht das Video, teilt es gerne, weil Common und LFZO sind da beziehungsweise können genutzt werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.